Klar, was du für eine Scheiße. Keiner geht im Rhein schwimmen. Weißt, was sie für Strömungen sind? Ach was! Ja, aber das musst du den Leuten ja erklären. Einige denken das jetzt vielleicht und dann... Die haben mir halt gesagt, hier kann man super schwimmen. Ja, genau. In Rundkirchen kann man super schwimmen. Und dann schwimmen sie hier in so einen Kahn rein. Tatsächlich ist das lebensgefährlich, hier ins Wasser zu gehen. Es ist wirklich sehr... Also vorne so ein bisschen kann man, aber viel weiter sollte man nicht machen. Man kann hier natürlich nicht schwimmen gehen. Alleine schon von einer Seite auf die... Also wenn du hier versuchst, auf die andere Seite zu kommen, kommst du kurz vor Düsseldorf. Wenn du es überlebst. Wenn du es überlebst.